Test 4, Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hören Sie jetzt den Text. Sie hören ein Gespräch zwischen Feline Lenz, Studentin an der Universität Wien, und ihrem Vater über die Teilnahme an Erasmus-Programmen. Du Papa, hast eine Minute Zeit? Ich möchte gerne etwas mit dir besprechen. Aber klar, Liebes, wo brennt es denn? Schon mal was von Erasmus und Erasmus-Programmen gehört? Das sind doch diese EU-Programme, die es möglich machen, dass Studenten und Studentinnen wie meine kluge Tochter ein paar Monate im Ausland verbringen können. Richtig? Getroffen. Und nun denkt deine kluge Tochter ernsthaft über so einen Auslandsaufenthalt nach. Aha. Und wie lange bist du denn dann weg? Also, Erasmus-Aufenthalte dauern zwischen drei und zwölf Monaten. Meistens handelt es sich um ein oder zwei Semester. Die Entscheidung hängt auch von den beiden Universitäten ab, der Heimatuniversität und der Gastuniversität. Ich glaube, für mich ist ein Semester genug. Und die Gastuniversität, das kann jede beliebige Universität im Ausland sein? Unbegrenzt sind die Auswahlmöglichkeiten nicht. Aber es gibt in jeder Uni eine recht lange Liste mit Universitäten in anderen EU-Ländern, die Erasmus-Aufenthalter anbieten. Du bist jetzt im vierten Semester, nicht wahr? Darfst du denn schon weg? Oh ja. Voraussetzung für Erasmus ist, dass man mindestens zwei Semester seines Studiums erfolgreich abgeschlossen hat. Und deine kluge Tochter? Wird bereits vier Semester abgeschlossen haben, ich weiß. Mach dir keine Sorgen, Filine. Ich werde dich finanziell unterstützen. Ob für ein Semester oder zwei, das spielt keine Rolle. Danke, Papa. Bist echt ein Schatz. Aber zum Glück musst du nicht alles bezahlen. Ich erhalte wie alle Studenten, die ins Ausland fahren, ein Erasmus-Stipendium. Von einem früheren Erasmus-Studenten habe ich allerdings erfahren, dass es mit Sicherheit nicht ausreicht, um alle Kosten zu decken. Den größten Teil der Ausgaben muss man schon selber tragen. Filine, ich wiederhole, mach dir über das Geld keine Sorgen. Was mich interessieren würde, musst du im Ausland Studiengebühren zahlen. Nein, davon sind alle Erasmus-Studenten befreit. Das ist ja schon mal was. Und hast du dich schon für ein bestimmtes Land, für eine bestimmte Uni entschieden? Als Architektur-Studentin hätte ich viele Auswahlmöglichkeiten. Italien zum Beispiel. Oder Frankreich. Oder auch Spanien. Da kommt es natürlich auf die Sprachkenntnisse an. Die müssen so gut sein, dass man Universitätskurse ohne Probleme besuchen kann. Italienisch und Spanisch kannst du nicht? Bleibt also nur Frankreich, wahrscheinlich Paris, vielleicht auch Bordeaux. Das muss ich noch überlegen. Ein Glück, dass ich in der Schule Französisch gelernt habe. Paris ist sicher viel schöner, aber auch teurer. Wo wirst du denn wohnen? In einem Studentenheim, nehme ich an. Die Sache ist so. Die Gastuniversität ist nicht verpflichtet, mir ein Zimmer in einem Heim zu reservieren. Suchen muss ich allein. Aber wenn ich mich rechtzeitig darum kümmere, dann finde ich garantiert etwas. Nur muss ich zuerst mal wissen, in welcher Stadt ich studieren werde. Dann kann ich dir nur viel Glück wünschen, Töchterchen. Danke, Papa. Ende Test 4 Teil 3 Die Gastrorechte Die Gastrorechte Die Gastrorechte Untertitelung des ZDF, 2020